Der 22. Patrick Grünert bei der Völkern Und zum heutigen Geburtstag, Marvin Fester Schiedsrichter der heutigen Partie ist Herr Adrian Kuhn Das ist ein Wettbewerb. Das war's für heute. Applaus 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 Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Applaus 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 Applaus